Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich will so gern mal wieder kicken, ey. Hey, Mats. Hey, Tommy. Hast du Bock, Fußball zu spielen mit mir? Ah, ich hätte voll Bock, aber ich krieg's nicht hin. Okay. Coni, grüß dich. Aktuell viele englische Wochen. Was soll ich machen? Hi, Lina. Hobbymäßig Fußball spielen. Verletzungsgefahr ist da schon zu hoch. Vielleicht nach der Karriere, okay? Hey, Kai. Ich bin ja im Moment in England und es wird wirklich ganz, ganz schwer. Lars. Kicken? Mit dir? Nee, lass mal lieber. Gar keinen Bock. Ein Torwart wird ja schon reichen. Kevin, Flug ist ins Tor, ich knall ein paar Dinger drauf. Machst du diese Dinger eh wieder, du Trübel. Robin, ciao. Ich bin hier gerade in Italien und mit der Distanz und all so ein Kram. Arrivederci. Flo, hast du nicht Bock, irgendwie ein bisschen zaubern, ein bisschen Samba auf den Platz bringen? Zur Zeit ist es wirklich schwierig. Nächstes Mal bin ich aber auf jeden Fall dabei. Hi, Tommy. Hä? Bist du nicht Rorik Islason, Spieler vom SV Sandhausen, isländischer Nationalspieler, Frauenschwarm und Kandidat bei Let's Dance? Was machst du hier? Ich könnte dich austanzen. Geil. Ja. Ah, nee. Ich hab jetzt auch Sendungen, ich muss eh los. Vielleicht beim nächsten Mal oder so. Wir können ja irgendwie in Kontakt bleiben. Jetzt. Sorry. Ja. 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 Ja.